Fußball-Weltmeister Frankreich stellt gleich drei Nominierte für die Wahl zum besten Fußballspieler des Jahres 2018 Die Final-Torschützen Antoine Griezmann und Thylian Mbappé sowie Abwehrspieler Raphael Varane dürfen auf die Auszeichen hoffen, wie der Fußball-Weltverband mitteilte Unter den zehn Kandidaten sind auch der Vorjahressieger und dreifache Weltfußballer des Jahres Cristiano Ronaldo und der fünffache Gewinner Lionel Messi Der brasilianische Superstar Nema ist hingegen nicht gelistet.Die Nominierten wurden von einer weltweiten Expertenjury ausgewählt Auf der FIFA-Webseite können neben Fußballfachleuten auch Fans über ihren Favoriten des Jahres bis 10 August abstimmen. Danach werden die drei Finalisten veröffentlicht, aus deren Kreis am 24 September bei der FIFA-Gala in London der Sieger gekürt wird. Deutsche Presseagentur